Platz 2, Marc Friedrich und Matthias Weick, der größte Crash aller Zeiten. Angst lässt sich in Deutschland noch besser bewirtschaften als Ackerland. Davon leben die Crash-Propheten Marc Friedrich und Matthias Weick, die eine große Drangsal der Finanzmärkte und das Scheitern des Euro bis spätestens 2023 prophezeien. Was Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit Ihrem Geld anstellen, ist natürlich Ihre Privatsache. Ich jedenfalls möchte mein finanzielles Schicksal lieber nicht in die Hände von Autoren legen, die auf einem Jahrmarkt der Apokalyptiker besser aufgehoben wären.